Grüß dich, der Breivisch hier. Ich melde mich aus dem Institut für gute Laune. Und heute möchte ich wieder ein kleines Abtipp zum Menschgesang machen und eine kleine Skizze zu der Einladung, die wir formulieren müssen. Und ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht machen wir das so, also dass wir diese Einladung schreiben, diese Menschen einladen mitzumachen, aber auch so ein kleines, wie so ein kleines Filmchen machen. Und da habe ich mir überlegt, der Ferdinand, der ist doch Zeichner und vielleicht kann der uns ein bisschen was zeichnen für dieses Video. Ich habe mal hier das hingekrakelt, also wie ungefähr dieses Anschreiben oder diese Einladung werden soll. Grüß dich, wir sind das Institut für gute Laune und wir wollen dich einladen, bei unserem Gemeinschaftskunstwerk mitzumachen. Es soll ein Bild werden, das von den Menschen der ganzen Welt gestaltet wird. Mitmachen ist ganz einfach. Nenn uns einfach eine Farbe deiner Wahl und einen Ort auf unserem Bild und wir tragen es ein. Ja, und da müssten wir das so ein bisschen zeigen, wie das geht. Und dann würde ich noch irgendwas zur Intuition schreiben. Das ist wichtig, dass es intuitiv passiert, also dass du dir nicht eine Farbe wählst aus irgendwelchen argumentativen Gründen, sondern dass du intuitiv die Farbe wählst, so wie du die Liebste oder den Liebsten aus, ja nicht gewählt hast, sondern erkannt irgendwie. Und das würde ich noch ein bisschen beschreiben. Ja, und dann so einen kleinen Trickfilm zu machen, also dass man zum Beispiel sagt, wir wollen so ein Foto haben von dir, wie du so eine Nummer zeigst und auf die Farbe. Und dass wir dann noch schreiben, dass uns auch interessiert mit dem Foto, wo lebst du, wie lebst du, wie sieht das da bei dir aus. Und da habe ich hier so Beispiele, das könnte man dann so zeichnerisch machen. Also die Freiheitsstaatung von New York, hier diesen großen Jesus in Brasilien, von den Osterinseln hier diese Typen. Und dass man das dann immer so in den Hintergrund einfügt. Dann haben wir vielleicht das Meer, den Atlantik, Pazifik, Erisee, die Alpen, die Anden. Und immer steht halt hier so ein Mädchen, Junge, Frau, Mann, Oma, dass man immer so eine kleine Zeichnung vielleicht hier hätte. Und das so wie so ein Erklärfilm hat. Und dass ich das dann vielleicht, also wenn ich den erstmal spreche, vielleicht finden wir noch jemanden, der das noch besser kann. Dass ich das dann immer so hinhalte, dann diese Zeichnung oder so. Die könnte ich mir ja ausdrucken hier. Ja, oder vielleicht die People, mit denen du zusammenwohnst. Und da habe ich hier ein bisschen angedeutet, also vielleicht so Indianer mit Federschmuck oder hier mit dem Baseball, oder was man so anhat von den Trachten oder so ein ganz tolles Auftrag oder so. Genau. Und das sollte jetzt eigentlich ein Film werden oder ein Aufruf, der soll so eine Minute dauern oder vielleicht sogar noch kürzer wäre geil. Ja, da bin ich jetzt gerade am formulieren. Und wenn du da Lust hast, mitzuarbeiten und irgendwelche Ideen hast, welchen Text man da nehmen kann, was man wie schreibt oder so, schreib das einfach drunter. Arbeite mit, werde Künstler für das, oder Künstlerin für das Kunstwerk Menschgesang. Und ansonsten guckst du hier einfach weiter zu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt der Preibisch.